Ich bin einfach smart, deswegen habe ich bis jetzt auch die ganze Zeit... Wettet stehen, Marks kommt. Oh no, Mark kommt. Ich bin dein Gesicht, ich schlucke es. Zweite Runde, Marks kommt mit dem Rand ziehen, wenn ihr könnt noch ein bisschen weiter auf Range gehen. Als ob er in dem Alter so schnell das zweite Mal kann. Okay, sorry Mark, ich hör schon mehr auf. Was ist alles so? Grüß ihr seid. Könnt ihr eigentlich jedes Ding Evoker tun, oder? Ja. Zwei haben, erinnere ich an, ne? Wir hatten gerade schon, danke Lehrer. So, es geht, also jetzt kommen noch mal... Ja, es kommen noch mal Debuts. Und demnächst kommt auch das Add und wir werden erfahren, wo wir hoch müssen. Das Wirbel nochmal. Bei grün. Grün, ja. Alle zu grün, Team 1 zu grün, Rest dahinter, also nicht runterfällt. Add vernichten, damit wir die Debuts nicht bekommen. Achtung, es kommen Einschläge gleich, nicht sterben. Und rübernocken, Achtung. Die Debuts auf der Hauptplatzfarbe gespreadet stehen und näher an den Boss, damit die Highlighter nicht Aids kriegen. Winde unten kosten als eventuell, wenn ihr los seid. Geht gleich zurück. Haben geschautet. Wir werden zurück genug gleich, Achtung. Kommt jetzt. Einschläge, Achtung. Wir haben nur Hörsen verloren, passt. Ey, ihr habt doch die Hörsen verloren, oder? Nein, nein, ich mach den hier. Okay, wir retten Hörsen, sobald's irgendwann geht. So, kannst noch mal weiterspielen. Okay, das war weh. Hörsen müssen wir nicht zurück genug. Aber wo gut ist. Hörst ihr aufstellen? Er ist hier. Bei Orange. Ist Orange, ja. Genau. Rand. Head vernichten. Einschläge. Wer kommt? Achtung. De-Buffs. De-Buffs. Plus Rand ziehen gleich. Rand ziehen gleich. Rand ziehen kaum. Wir müssen auch gleich zurück. Vor den Mobjets. Ist hier nicht so gut, aber egal. Okay, Leute, klar. Oh ja, direkt auf den Tornado. Krass, nicht zu krass. Spreaden bitte. Nochmal neue gleich. 3 gleich. Wir müssen doch stehen, bitte mit dem Tornado. Du meinst mit dem D-Buff oder was mit dem Tornado. Ja, ja. Bei Leela. Da kommt Team 1 wieder. Da hätten wir eure Dev-CDs. Achtung, wir haben ein D-D weniger noch. Steffen dauernd ist. Mach das echt. Ich kann das auch mal mitbringen. Ich stehe nicht direkt auf der Pornado. Nee, nee. Achtung. Platz zum Dodgen. Wir gehen drüber. Agro? Wenn ihr könnt. Ach. Ich bin alleine auch der. Nee, bin ich nicht. Bullshit. Das ist unten. Müsst unten Gas geben. Ihr habt einen Heiler verloren. Naja. Wenn ihr könnt. Leere retzen. Komm. Es geht zurück. Es geht zurück. Leere retzen. Scheiße. Unrage der Bus jetzt. Trangard, geht mal bitte weg. Ja, das schaffen wir. Wir können einfach ignorieren erstmal, oder? Boss bleiben. Ja, ne? Ja, ich guess. Wahrscheinlich, ja. Wir suchen die Buff hat. Oder die anderen. Und wenn man ineinanderstabt. Resettet das die Duration. Ja. Bleib einfach auf dem Boss. Er soll uns noch nicht runterdamage schmallen. Ja. Okay, jetzt noch mal mehr. Sollte nicht am Boss stehen. 15 Discs werden nochmal resetet. Ja. Dann sind Sie weg. Säbben. Meine Stimme. Aber sie ist sicher alles ziemlich alt. Vielen Dank.